Frauen hassen Regeln, nicht nur ihre eigene. Sie hassen es, sich festzulegen. Noch nicht einmal von sich selbst lassen sie sich festlegen. Ich hab das oft beobachtet. Zwei Frauen telefonieren, um sich zu einem Treffen zu verabreden. Dann wird schon gekichert. Innerhalb dieses Gesprächs legen sie auch Zeit und Raum fest. Dennoch endet das Gespräch mit, wir können nochmal telefonieren. Wozu? Wozu, verdammt? Zeit und Raum sind festgelegt. Gibt es eine weitere Dimension? Vor allem, wenn man uns Männer nichts gesagt hat.